Doris? Doris? Na komm, gib dir einen Ruck, nutz die Chance und erzähl, warum dir die Unterstützungsprogramme für deine Schule, für Schülerinnen und Schüler so wichtig sind. Selber machen, das war der Satz meiner eigenen Kinder. Welche Freude, welche Strahlen, welche immense Begeisterung, wenn sie es geschafft haben. Das ist der Kern unserer Tätigkeit im Caring-Bereich. Wir schaffen Räume für Schülerinnen und Schüler, dass sie ihre Herausforderungen erkennen können, dass sie ihre eigenen Lösungen finden, die zu ihrer Weiterentwicklung beitragen. Und Veränderung geschieht. Aber schauen wir uns das konkret an. Hi Severin, ich bin für den Merkur nominiert. Kannst du mir helfen? Wie hat dir Coaching im letzten Matura-Jahr geholfen? Mir persönlich hat das Coaching über all die Jahre, aber vor allem im letzten Jahr geholfen. Inmitten der Pandemie ein Startup aufzubauen und nebenbei noch Matura zu schreiben, war teilweise echt herausfordernd. In dieser Zeit haben vor allem Gespräche und die Tipps von Frau Weserhuber mich wirklich sehr unterstützt. Frau Professor, ich habe so viel Stress, ich schaffe das nicht. Du schaffst das. Tief durchatmen und das andere besprechen wir morgen in der Schule. Besonders in diesen letzten zwei Jahren der Pandemie haben Kolleginnen und Kollegen Großartiges geleistet in der Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler. Diese Merkur-Nominierung gebührt uns allen.